Hallo, hier ist der Martin von Mannebank, hier ist das DAX-Analys für Mittwoch, den 19.08.2020 und unser DAX, der hat es von rechts und links um die Ohren geblasen gekriegt, den hat es ordentlich mal durchgespült, einmal Spülung von vorne bis hinten, aber ich muss sagen, der steht eigentlich, es sieht interessant aus, sieht interessant aus, Daumen geht nach oben, da ist noch Potenzial da und das wird jetzt echt interessant, wir haben gestern ein bisschen drüber gesprochen, hier über gemeine Marken, die 13.50 zum Beispiel, die sich so reingemuggelt hat, unten die 12.8.10, auch wer die geschriebene Analyse gelesen hat, dazu muss er noch mal relativ markant auch rausgestellt, was hat er denn am Ende gemacht, unten erst mal, also eigentlich, eigentlich macht man mit sowas die Longs kalt, haut die Longs raus, geht dann oben raus, holt neue Longs rein und wirft sie raus, so gefühlt, glaube ich, hätte er genau das Gegenteil gemacht, er hat die Shorts unten reingelockt, dann oben alle rauszuspielt, oben Longs reingelockt und dann unten wieder auszuspielt, also das war einmal, ja, ich sag mal, Kotz-Party für Anfänger, für Privatanleger, aber sehr effizient gewesen, die Kiste, also oben Trigger quasi verpatzt, den nehmen wir aber jetzt mit, der wird jetzt richtig hart, also alles, was jetzt über 13.50 ist, ist Hardcore Long, also da muss man sich dann wirklich zwingen, dass man da auch Long geht, weil das wird schon relativ, das wird ein klares Signal halt, na, also den hat es da so weggeschmiert, das nächste Mal, wenn er da drüber geht, wird das dann eigentlich ein recht, recht markantes Kaufsignal und sowas, mag der DAX eigentlich auch gerne, ne, wenn er solche markanten Sachen setzt und er überwindet die dann, dann ist das so ein, so ein Aufatmen, so ein erleichtertes Seufzen einfach und dann geht er auf sowas auch ganz gut an. Hier unten, das ist jetzt durch, damit hat auch die Kombination eigentlich ganz gut geklappt, hier aus 69 und da unten, ähm, hat es natürlich jetzt viele, viele zerlegt, jetzt, glaube ich, viele ein bisschen überrumpelt, ähm, jetzt muss ich bloß mal gucken, wie ich die Pfeile jetzt hier ein bisschen aus der Deckung kriege, dass man das erkennt, dass die vom Vortag waren, so, und dann wird nämlich der jetzt interessant, den hat er nur angetippt, eigentlich, eigentlich brauchen wir bloß weiter rüberziehen, äh, eigentlich brauchen wir nur weiter rüberziehen, denn wenn er den jetzt noch knackt zum, äh, Mittwoch und die Chance ist denn eigentlich gar nicht so schlecht, er hat eine schöne Flacke hinten rausgeworfen, das alles, was nicht passt, ist das fehlende Tief, er hat kein neues Tief, was Tief gemacht, also, das ist schon ein bisschen so Hintertür offen halten halt für einen DAX, ne, sollte der über 9, 15, 9, 8 rausstarten, wäre das auch ein Longsignal halt, ne, weil die Flacke geht nach unten, die Flacke, das ist eine bärische Flacke, die er zum Schluss gemacht hat, wenn er die bärische Flacke nach oben kontert, dann, weil er was anderes vorhat, halt, weil, da, wenn, dann hat er halt keinen Bock drauf, und dann sollte man den Kollegen schon nochmal ein bisschen nach oben einfach mit eintakten halt, das kann durchaus nochmal 12.69 bis 13.000 werden, wenn unser DAX über, über der, ähm, was habe ich jetzt gesagt, 12.900, ja, 12.900, 12.915 rumfuchtelt, sollte der Kerl sich hier verkrümeln nach unten, und das auch vielleicht recht straff zur Eröffnung, ähm, wegbrechen, unter 8.15, unter 8.100, mach das Short-Signal auf, wir müssen, wir müssen ihm jetzt hier mal eine Flacke ziehen, sicher ist sicher, also lieber gezogen haben und nicht brauchen, als nicht gezogen haben und das verkennen, 7.50, ja, ich habe nicht fast gedacht, die 7.50, die ist jetzt, die ist jetzt fies, die kommt, die kommt hier, das sieht auch schön aus hier oben, ne, ich würde es ja fast drin lassen, wie mache ich denn das mit Ihnen? Setzen wir einen Shot-Trigger tiefer, setzen wir einen unter 7.50, aber dann, dann, dann fühlen sich bestimmt ein paar am Stich gelassen, aber, ja, müssen wir so machen, wir müssen es so machen, weil, das ist, sowas ist sehr markant, so ein Channel, da geht der Dachs unheimlich drauf ab, also das ist für den so wie so ein, ich weiß nicht, haben sie irgendwas, was sie gerne essen, also ich freue mich immer, wenn ein Frauschen hier so leckermolchen oder sowas mitbringt, das esse ich unheimlich gerne schon, als Kind habe ich sowas gegessen, sowas übelst gerne gegessen, das ist einfach so ein leckerer Nachtisch, den gönne ich mir gerne mal, und das ist ein Dachs mit diesem Channel-Kanten so halt, ne, also wenn der sowas kriegt, vor die Füße geworfen, man, der kann das nutzen, der macht das so gerne, dass man es nicht ignorieren darf, das heißt, ne, wir machen einfach mal direkt hier, direkt, rasieren da noch ein paar Pfeile raus, und dann sind wir alle schlauer, sie haben es ja gesehen, dass es geklappt hat, ja, kann man auch rausnehmen hier, so, und dann wird das ein bisschen sichtlicher, also, ich würde davon ausgehen, dass wir tief reinkommen, und, ähm, dass wir hier 7.50 jetzt holen, 7.50 ist Gap-Close hier unten, 7.50 ist letzte Hochunterstützung, und 7.50 ist unsere Kanalkante, das heißt, auf 7.50 haben wir jetzt eigentlich ein Widerstandskluster, so kann man es bezeichnen, ne, wir haben einen Bereich, der sich wirklich aus mehreren Unterstützung zusammensetzt, Sie sehen auch hier noch einen kleinen Durchschnitt, der da kommt, ne, eine EMA 200 ist das, ähm, das ist schon ein hartes Brett einfach mal, also, es kann durchaus sein, dass unser Dax jetzt zum Mittwoch nach unten losrennt, alle denken, Mensch, jetzt ist er unter 800, jetzt fällt er wie ein Doofer, und dann geht er auf 7.50, 7.60, und was macht er dann nach oben wieder, volle Kanne hochziehen, also, wenn ich einen Short hätte, ich würde an der 7.50 einen Teil verkauft ziehen, ich würde mir das angucken, und wenn der da durchgehen sollte, also, wenn er wirklich durchgeht, durch die 7.50, 7.50 und Sie das sehen, dann ist es auch egal, wenn Sie 80, 90 Punkte später einsteigen, natürlich nicht unbedingt in die Piekerzen reinverkaufen, also nicht dann unbedingt der, der, der Letzte im Tief sein, der dann unbedingt auf den Short drückt, Knopf drückt, aber wenn Sie sowas sehen, wie das, was er am Abend jetzt hier gemacht hat, ne, wenn Sie einfach sehen, dass der hier schönste Seite irgendwo hier unten drin rumfummelt, und dann weiterfällt, das sind die Momente, wo man dann eben Short wieder aufbauen kann, und dann kann man auch einen Short wieder reinnehmen, den man zum Beispiel oben im Teilverkauf realisiert, aber ich können, ich würde schon sagen, das ist eine Kante, die gut nach oben reagieren kann, und wir dürfen auch nicht vergessen, wie positiv ja die Marktlage noch bei den Amerikanern ist halt, ne, also so sehr ich mir wünschen würde, dass er nach unten durchgeht, aber wenn er hier an der 7.50, 7.60 nur rumschart, und dann umdreht, grüne Kerzen nickt, grüner Stundenschluss, an der 7.50 nach oben, das sind Alarmsignale, da muss sofort Bing, 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 bei Ihnen am Bildschirm oder im Kopf irgendwas angehen, wo Sie sich dann sagen, ja Vorsicht, das ist jetzt hier kritisch, das ist eine super Unterstützung, hoch, hoch, Gap, hoch, hoch, Channelkante, Gleitner Durchschnitt, ne, also wenn er da von oben auftritt, kann er von dort, A, ein Gap hier oben schließen, falls er eins reißt, ne, und er kann auch wieder an die 9.60 dran, so, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier short drin, also er hat keine Ahnung 9.15 oder was, Sie sind bei 7.50 gewesen, und er steht dann am Abend wieder bei 9.60, ne, da können Sie im Strahl kotzen, das ist so, ne, deswegen würde ich einfach sagen, hier vielleicht mal einen Teilverkauf in der Weg und ziehen, so würde ich es machen, ich persönlich, ne, mit Long, weiß ich nicht, würde ich mich nicht direkt dagegen trauen, aber wenn dann grüne Kerzen dort reinkommen, warum nicht, kann man auch mal Long probieren, ne, aber wenn dann die grünen Kerzen wieder umgekippt werden, rote rauskommen und der schiebt sich aus dem Kanal raus, auch wieder short rein, also dann nicht auf der Long-Seite verkämpfen, nur weil man einmal eine Long probiert hat, ne, das machen auch viele oft verkehrt, die sind dann zu sehr gefesselt in ihrer, in ihrer Wartung oder trauern quasi ihrem Trade hinterher, wollen denen rächen, wollen sich das vom Markt wiederholen, was sie da verpasst haben und traden dann nur noch Long und plötzlich steht der Markt hier unten und die traden immer noch Long, ne, da ein bisschen aufpassen, das darf nicht passieren, aber ja, so, das heißt, wir haben hier relativ gut den Blick nach unten gehalten, ähm, deswegen auch noch ein bisschen nach oben im Kopf behalten, sollte der hier zum Beispiel über der 12.900 starten, ähm, durchaus im Hinterkopf behalten, dass der da auch gut laufen kann, ja, ansonsten, was passiert, wenn er unter 12.960, äh, unter 12.640 geht, ich rechne dann hier so im Bereich um 500 bis 4.60, ja, vielleicht sogar noch tiefer, aber ich würde mal eher so sagen, im Bereich um 500 bis 4.60, wäre dann so, ne, 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 wir machen 5.30 bis 500, ja, 5. Ne, oder, es passt nicht, weil, wenn der DAX, also das, das ist ein bullisches Muster, ne, das ist eine Bullenflacke letztendlich, ne, schöner Channel, schön flach, ähm, würde eigentlich jetzt wie folgt ablaufen, der DAX läuft hier unten nochmal rein, kämpft sich dann langsam wieder hoch, macht einen dritten Kontakt hier oben, zuckt nochmal zurück, ballert dann durch und rennt oben raus bis 13.300, das wäre das Muster, bricht er das nach unten, wäre das ein regelwidriger Bruch von diesem Muster, und die haben immer, die knallen richtig, also das sind richtig lange Bewegungen, das kann sogar auch bis hier in den unteren Bereich gehen, aber noch nicht am Mittwoch, das wäre dann eher was für ein Donnerstag, wir belassen es erstmal bei einer 12.500, das wäre also ein kleines SKS Ziel hier, aus dem Schulter, Kopf, Schulter, wenn er dann hier unten durch macht, ähm, hätte er auch hier so ein Ziel rum, wir lassen das so stehen, nehmen das jetzt erstmal so mit, ach, ich, 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 ich tue mich da jetzt echt schwer, gibt's ja nicht, warum will der Pfeil, es passt halt nicht, es passt einfach nicht, den hier bloß auf die 500 zu stellen, wir machen so, und gut ist, gut, sie haben das gehört, sie haben das mit der 57 gehört, das ist mir ganz wichtig, das ist mir mindestens genauso wichtig, wie die 13.50 und die 12.18 von gestern zu erwähnen, passen Sie da ein bisschen auf, das, das sieht verdächtig aus, und ansonsten, ja, hier oben darf man Long suchen, oberhalb von der Kante auf jeden Fall, über 13.50 ist jetzt Long, Signal muss man Long mit, aus technischen Gründen muss man da Long mit, ähm, da wird man sich kaum verwehrt kriegen, und ja, könnte mir vorstellen, wir gehen unten raus, gucken wir mal, Tagesschau dürfte ich jetzt schön ausgekontert haben, glaube, sowas nennt man auch Popgun, dann, ne, also ich trade sowas nicht, mag die nicht so sonderlich, aber das ist einer, also wenn hier so eine kleine Kerze zwischen zwei langen steht, dann ist das eine Popgun, und wenn der Markt dann draus schließt, ähm, läuft er meist so, ist zweieinhalb, dreifacher von dieser Spanne, die er an diesem letzten, oder an dieser, an dieser größten Kerze hatte, die er dann aufbricht, und dann läuft er das komplett einmal ab, und kommt in der Regel auch wieder zurück, zum, zum Ausbruch dieser Popgun halt, ne, aber das, das haben wir noch nie mit angeguckt, das will ich jetzt hier gar nicht zu tief mit reinsetzen, das habe ich bis jetzt hier gesehen, und dachte mir, kann man mal mit erwähnt haben, ja, was gibt es zum Tagesschart zu sagen, ne, nichts, tiefster Tagesschluss, der letzten Tage, was haben wir hier, Schluss, 8,63, was haben wir hier, Schluss, 8,72, was haben wir hier, Eröffnung, 8,66, also er hat geschlossen, unter den letzten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen, ja, wäre ein Go nach unten, muss jetzt nur unter neue Tiefs fallen, also Tagesschart, weiß nicht, gibt eher mehr eine Chance auf der Unterseite, ist mir aber nicht, ja, ist mir nicht, das ist mir alles zu klein, das ist zu viel Geschiebe hier, zu viel Seitwärts, ne, deswegen denke ich, können wir uns ganz gut hier fokussieren, das schaut gut aus, das gefällt mir, da kann ich mich dahinter stellen, das kann ich gut vertreten, und würde sagen, wir belassen es dabei, machen hier zu, ähm, ja, und gucken mal, dass wir den hier noch ein bisschen nach unten geschoben kriegen haben, gut, Freunde, ich würde sagen, ich mache aus, wünsche euch gutes Gelegenheit, viel Erfolg, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. bis dann bloody oder den kostenlosen." trending und dann delete das, tschüss. dann im 4.